Live aus Südafrika startet Ich bin ein Star holt mich heraus am Freitag, 21. Januar, 21.30 Uhr beim RTL. Für zwölf Stars beginnt das vielleicht größte Abenteuer ihres Lebens. Es gibt vermeintlich wilde Tiere, spektakuläre Dschungelprüfungen und über zwei Wochen, zumindest für uns zu Hause, Lagerfeuerfernsehen. Wer wird also im Finale stehen? Das ist am Samstag, den 5. Februar, um 22.15 Uhr dann. Wer wird Königin oder König des Dschungels und beerbt den amtierenden Dschungelkönig Prinz Damien? Sechs Frauen und sechs Männer kämpfen um den vielleicht begehrtesten und höchsten aller Reality-Titel im deutschen Fernsehen. Fangen wir mal an mit den Mädels. Christine Okpara ist dabei. Jetzt sagt ihr vielleicht wer. Vielleicht kennt ihr sie aber auch. Wenn dann aber unter dem Namen Christine Queenie und aus so tollen Shows wie Are You The One oder Der Couple Challenge und nicht zu vergessen aus dem hochwertigen Format Die Sexklinik. Mit dabei auch Reality-Sternchen Linda Nobert. Sie war Miss Hessen und letztes Jahr auch beim Bachelor dabei. Dann Tara Tabitha, Reality-Star mit 100.000 Fans auf Insta und mit einer Karriere bei X on the Beach. Janina Josefjan seht ihr auch im Dschungelcamp. Sie ist bekannt als das Teppichluder von Dieter Bohlen. Schauspielerin Tina Runand ist dabei und auch Anushka Renzi. Damit wären wir auch schon bei den Jungs angekommen. Da an der Spitze der Jungs Harald Klöckler mit gefühlten 5 Ö. Lukas Kordalis ist dabei. Dann der erste, den ihr vielleicht nicht kennt, Philipp Pavlovich. Er hat schon mal an der Bachelorette rumgegraben. Schauspieler Erik Steefest, kennt ihr aus GZSZ. Auch er ist im Dschungelcamp. Manuel Flickinger ist dabei. Bekannt aus DSDS und aus Prince Charming. Und letzter Kandidat Peter Althoff, 66 Jahre alt und damit auch gleichzeitig der Älteste im Camp, also unser Camp-Oli dieses Jahr. Er ist Bodyguard und er war auch schon mal, irgendwann ist aber schon eine Weile her, deutscher Kickbox-Meister. Sonja Ziedlow und Daniel Hartwig moderieren natürlich den ganzen Bums. 17 Mal live aus dem südafrikanischen Dschungel und Dr. Bob ist auch vor Ort und wird sich um die RTL-Dschungelstars kümmern. Direkt im Anschluss an die tägliche Live-Show zeigt RTL auch wie immer den Aftershow-Talk. Ich bin ein Star holt mich hier raus, die Stunde danach mit Angela Fingererben und Olivia Jones. Und aus Südafrika berichtet für euch RTL-Moderator Maurice Gaidar regelmäßig vom Camp. Und ein ganzes Reporter-Team kümmert sich natürlich um die Begleitpersonen und die ausgeschiedenen Camper. Und auch auf RTL Plus könnt ihr dabei sein, da gibt es das Dschungelabenteuer im Livestream und in voller Länge im Anschluss an die Show zum Abruf. Einen habe ich noch. Es gibt nämlich schon den neuen Dschungelsong. Wir können euch verraten, wer es ist. Also dieser Song, der immer kommt, bevor es in die Werbung geht. Er heißt Around the World im DAS-Remix und kommt von The Disco Boys. Wenn ihr diese Neuigkeiten hier jetzt gerade bei Spotify hört, dann spielen wir euch den Song genau jetzt ab. Wenn nicht, dann nicht. Los geht das Dschungelcamp am 21. Januar und ausführliche Profile der Stars im Camp und alles weitere Wichtige. Auch das Musikvideo zum Dschungelsong des Jahres in voller Länge, das bekommt ihr bei uns. Klickt einfach auf unsere Website film.tv